Willkommen zum zweiten Teil des Liniendiagramms, wo ich einen Rahmen um meinen Forecast- bzw. Prognosebereich ziehen möchte. Vorbereitet aus dem letzten Teil waren ja schon hier die Linien, die grüne, der Bereich, der schon realisiert wurde, und der Prognosebereich oder der Forecast-Bereich und hier der Datenpunkt. Darauf möchte ich nun aufsetzen, damit hier dynamisch, wenn ich jetzt hier einen Wert mal ändere, damit da dynamisch der Rahmen gezogen wird und wenn das hier der Forecast-Bereich weiter nach vorne gesetzt wird, damit der Rahmen auch breiter wird. So, das schauen wir uns an. Das können wir hier direkt ansetzen mit dem Ergebnis vom letzten Video. Und zwar mache ich das einmal ganz undynamisch. Ich mache hier ein Koordinatensystem, ein Punktdiagramm drumherum, wo ich um das Punktdiagramm Linien mit Verbindern nehme. Und zwar habe ich ja hier die Forecast-Werte und dazu passend die Datumswerte. Und genau diesen Punkt und diesen Punkt, also nicht diesen Punkt, ja, aber hier den kleinsten und den größten Wert hier, wenn da Forecast-Wert steht und dort den größten Wert, die möchte ich ausgegeben bekommen. Ja, von daher hole ich mir erstmal die Datumswerte. Ich trage erstmal den ersten Datumswert händisch ein. Den werde ich nachher noch per Formel ermitteln und dazu passend den kleinsten Wert aus den Forecast-Werten. Da ich hier NV-Werte auch drin habe, funktioniert die Funktion Min nicht so sauber, weil Min sieht die NVs, Moment, sieht die NVs und sagt NV. Von daher nehme ich einfach die Funktion Aggregat. Mit Aggregat kann ich auch Min auswählen, auch Minimum. Dort aber parallel sagen, ignoriere Fehlerwerte oder ausgeblendete Werte, falls mal was weggeblendet wird. Und dann nehme ich einfach von der Spalte FC hier, von der Forecast-Spalte, den kleinsten Wert. Das ist dann die 102, Klammer zu. Und da sehe ich die 102. Das heißt, das wäre mein kleinster. Es sei, ich ändere, das muss ich da vorne machen, ich ändere hier einen Wert, dann ist natürlich das der kleinste Wert. So, das heißt, von hier, den Punkt hätte ich jetzt, hätte ich gerne einen Strich hier rüber. Das heißt, der kleinste Wert, weil das ja ein waagerechter Strich ist, der sieht genauso aus. Und da hole ich mir mal, einfach händisch erstmal, den 1.11.2018. Das werde ich nachher noch dynamisch gestalten. Das heißt, ich habe jetzt schon eigentlich eine Linie von hier nach hier. Ja, jetzt wiederhole ich den Wert von einmal da drüber, weil jetzt möchte ich von hier nach oben, das heißt, einfach auf den Maximumwert. Aggregat wieder, gehe auf den Max, also auf den größten Wert, 7 und wieder FC. Und jetzt habe ich schon alle meine Datenpunkte. Jetzt geht er also nach oben. Von da soll er nach links gehen. Also von da soll er wieder auf sein erstes Datum gehen und ebenfalls den Max machen. Und dann soll er noch einmal runter gehen. Das heißt, ich wiederhole nochmal den Punkt, damit der Kreis sich auch schließt. So, das heißt, ich wiederhole den Punkt. Dann habe ich jetzt vier, na, vier Punkte zwar, aber eigentlich fünf. Ein Punkt liegt doppelt aufeinander. Ja, und das ergänze ich nun. Ich kopiere das mal mit STRG-C hier rein. Mal gucken, wie das aussieht. Na, das will ich ja eigentlich nicht. Da mache ich ein, ja, anderes Diagramm raus aus diesem vierten hier, aus dieser zusätzlichen Reihe, Datenreihe 4. Ich klicke mal mit rechts, klicke auf Diagrammtyp ändern und wandle, wandle, na, nicht getroffen, Moment, ich muss die Linie treffen. Rechte Maustaste auf die Linie, da, Datenreihen-Diagrammtyp ändern. So, da sehe ich nämlich, was wofür gilt. Und da mache ich einfach aus dem unteren, aus diesem gelben Linien-Diagramm, mache ich, tiefer, hier ein Punkt-Diagramm mit geraden Verbindern. So, klicke mal auf OK. Zack, na, warum macht der mir das denn so groß? Ach, der hat die Sekundärachse aktiviert. Die muss ich noch deaktivieren, gehe auf Datenreihen formatieren und gehe auf die Primärachse. Das heißt, der ist im anderen Koordinatensystem verankert. Hier, der ist im anderen System verankert. Wenn ich jetzt hier fest eintrage, Jups, passiert jetzt hier natürlich noch nichts, weil ich den Wert fest eingetragen habe. Mache ich aber den ersten 18 draus, sehe ich, wie die Box sich verschiebt. So, jetzt werde ich einfach noch ein bisschen an der Linie arbeiten. Das heißt, hier die Linie, da mache ich eine dünnere Linie vielleicht erstmal draus. Da mache ich Datenpunkte draus, Beirahmen, Strichart, mache mir hier gepunktet. Na, hat er das gemacht? Hier kleinere, feinere Punkte. Ach, die sieht man gerade nicht. Mach, na, ich habe zu kleine Punkte. Rahmen, Stärke, die ist zu dünn vielleicht. Mal gucken. Na, treffe ich nicht. Mach es mal rot. Dort, Strichtyp. Na, geh doch mal hier hin. Ja, jetzt sehe ich es auch. So, und den Punkt selber, den mache ich auch kleiner. Das heißt, ich gehe mal auf Datenreihen formatieren. Der Punkt selber ist mir hier zu groß. Dann sieht man auch, Moment, sehe ich gerade gar nichts. Da klicke ich dann auf Markierung. Dort, Markierungsoption, da sehe ich ja, dass der Punkt genommen wird. Hier, der Punkt, den mache ich entsprechend klein. So, die Eckpunkte, das heißt hier, die Eckpunkte sind auch dargestellt. Ich kann sie auch ganz wegnehmen, also, falls mir die hier zu markant sein sollten. Was mir jetzt nicht gefällt, ist, dass die Linie direkt durch den Maximum- und Minimumwert hier geht. Aber das funktioniert ja schon, ne? Also, wenn ich jetzt hier meine 80 eintrage oder so, die Linie passt sich ja an. Was mir da nicht gefällt, ist wirklich, dass die da durchgeht. Deshalb nehme ich diesen Minimumwert und rechne den einfach mal minus 5, damit die Linie ein bisschen tiefer ist. Und den Maximumwert, den ich hier ausgerechnet habe, nehme ich einfach plus 5. So, das heißt, die Linie wandert oben und unten mit, wandert aber noch nicht links und rechts. Das heißt, den niedrigen Datumswert und den größten muss ich jetzt noch ausrechnen. Obwohl mir die Eckpunkte gar nicht gefallen, die nehme ich mal weg. Ich gehe auf Datenreihen, Formatieren oder ganz einfach auf Datenreihen, Diagrammtyp ändern. Und dort nehme ich nicht Punkte mit geraden Linien, sondern einfach nur die geraden Linien. Die gibt es ja auch, ohne Punkte. Klicke auf OK, dann habe ich das einfach hier so eckig. Gefällt mir besser. Ja, wie komme ich jetzt hier an die kleinsten und größten Werte fürs Datum? Ich muss ja nur schauen, wo taucht das erste Mal einen Zahlenwert auf? Und an welcher Stelle, an welcher Stelle, ja, ist der letzte Zahlenwert? Ich könnte ja zum Beispiel schauen, an welcher Stelle steht das erste Mal Forecast in dieser Liste? Und da gehe ich ein höher, weil den Punkt will ich ja haben. Wo steht das erste Mal Forecast? An achter Stelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. An siebter Stelle den Punkt will ich haben. Das mache ich mal mit Vergleich und Index. Das heißt, ich suche, Moment, ich schreibe das Wort Forecast da oben mal rein. Das heißt, ich suche das Wort Forecast. Das mache ich mal hier mit der Funktion Vergleich. Vergleich, suche das Wort Forecast, wo in dieser Liste, suche dort einen exakten Wert und rechne mal einen ab. Dann kommt da die Zahl 7 bei raus. Macht er gerade den siebten Ersten, ist okay für mich, den siebten Ersten. Jetzt soll der aber nicht die Zahl 7 nehmen, sondern soll hier von den siebten nehmen, von den Datumswerten, also die Funktion Index davor, Index, Klammer auf, nimm von hier den siebten, von hier, von dieser Liste, nimm den siebten, Semikolon 1, ich habe nur eine Spalte und sage von der einen Spalte dort den siebten Zeilenwert. Und ja, passt. 1.7.2018. So, jetzt hat er mir das hier zerbastelt. Das müsste ich einmal mal schauen. Na, jetzt war er einmal hier in der Vergangenheit. Automatisch basiert aus Daten, Datumsachse, so mache ich Datumsachse draus. Und dann passt es auch wieder mit dem Diagramm. Das gleiche mache ich hier. Ich zähle einfach mal, wie oft der Forecast steht. Ich will ja das letzte Mal Forecast haben. Zählen, wenn. Zähle mal in der Statusseile, wie oft dort das Wort Forecast steht. Und dann sagt er mir viermal. Das heißt, wenn ich weiß, an welcher Stelle ich Forecast das erste Mal finde, dort rechne mir dreimal drauf, drei Zeilen tiefer. Wenn ich viermal habe, drei Zeilen tiefer. Jo, das machen wir hier. Auch hier wieder die Vergleichfunktion. Suche mir Forecast in der Statusspalte. exakten Treffer rechne drauf, die Zahl vier, aber immer einen abziehen. Macht natürlich gar nicht Sinn, wenn ich gar nicht Forecast da stehen habe. Das werde ich noch anpassen. So, und da sehe ich jetzt den 11.01. Schon wieder kaputt hier. Das hätte ich gleich fertig machen sollen in einem Rutsch. Und da auch wieder Index. Index. Geh mal hier auf die Datumsspalte. Dort nimm den entsprechend, was ist denn da, der 11. Wert, den 11. Wert, ne, 7 plus 4, ne, 8 plus 4 minus 1, kommt ja dabei raus. Dort auch Spalte 1. Und dann habe ich dort den ersten 11. dynamisch ermittelt. Einmal noch kurz in die Datumsformatierung hier. Na, geh da rein. Ich schalte einmal um, schalte einmal um. So, einmal wieder, dass er das überhaupt nicht an den Daten anpasst, ist natürlich nicht so schön, weil er das dynamisch macht. Und er kriegt da nicht mit, bei mir aktuell, dass sich da was verschiebt. So, das mit den Daten rein unten in der Legende, das lösche ich. Einmal draufgeklickt. So, treffe ich es. Mal gucken, entfernen gedrückt. Jawohl. Das heißt, den Forecast-Bereich, den kann ich nun hier dynamisch erweitern. Ich gehe auf 1.12.2018, mache dort eine, sagen wir mal, 200 heraus. Dann wird mir, wenn da Forecast drin steht, wird mir der Rahmen entsprechend größer gezogen, wird hier fest reingeschrieben, wandert diese Linie hier automatisch. Das wollte ich ja schon mal erreichen. Ein Punkt noch, wenn ich nur noch fest habe hier, der Forecast-Bereich wird ja kleiner, dann sehe ich hier, ja, ist ja eigentlich schön, aber steht da nur noch einmal fest, ach, dann wird die Linie auch gar nicht angezeigt. Na, das ist ja eigentlich super. Aber ich könnte natürlich trotzdem verhindern, dass, wenn es keine Werte gibt, Moment, da mache ich wieder Forecast, oder wenn es zu wenig Werte gibt, dass dann diese Formel überhaupt nicht gemacht wird. Also vielleicht will ich unter 2 oder unter 1 gar nicht diese Forecast-Berechnung haben. Da könnte ich ja sagen, wenn da nur einmal Forecast steht, dann macht das gar nicht. Also wenn das, was hier steht, kleiner 1 ist oder kleiner 2, dann, das heißt ja 1 oder 0, dann mache mir gar nicht diesen Forecast-Bereich, dann schreibe da NV rein. Ansonsten mache ich diesen Index, so, und das gleiche hier nochmal. Wenn dieser Bereich hier, wenn der kleiner 2 ist, dann mache nix, dann mache NV, ansonsten mache den Forecast. Das heißt, sollte es nur einmal Forecast geben, dann gibt es diesen Forecast-Bereich hier nicht. Ich kann nicht anpassen, ob ich das haben möchte, welche Version mir da besser gefällt. Aber zumindest haben wir jetzt schon mal, ich ziehe den Forecast-Bereich mal wieder hoch, zumindest haben wir jetzt dynamisch den Rahmen herum. Was mir jetzt noch fehlt, ich speichere mal direkt, was mir jetzt noch fehlt, ist, dass hier automatisch der Datumsbereich für den Forecast als Datenpunkt mit angezeigt wird und der Diagrammtitel sich anpasst. Zusätzlich werde ich hier unten die Achsenbeschriftung noch ein bisschen modifizieren. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Im dritten Teil wird das Ganze erstmal abgerundet. Ja, bis zum nächsten Video.